Wir brauchen hiervon auch noch. Wir haben da keine Saplings. Was? Wir haben keine Saplings vom Fichtenholz? Das geht gar nicht. Das geht wirklich nicht. Dann hole ich hier mal ganz kurz ein paar. Fichtenholz brauchen wir ja auch. Dann haben wir Holz und gleichzeitig ein paar Saplings. Ich fand das früher so schön, dass sie sich selber eingepflanzt haben, ne? Flu weint schon wieder der arme. Ja. Immer alle auf Flu. Immer alle auf den armen, Flu. So. 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 Wirklich viele Saplings haben wir jetzt noch nicht, aber wir müssen ja natürlich auch wieder einpflanzen hier. Der will mich schon wieder hauen. Was ist denn jetzt eigentlich aus der Fesselaktion geworden? Ich vergesse das nicht. Und Flu bestimmt auch nicht. So. Ah, guck mal. Hier sind noch ein paar. Geh, warte mal. Das ist natürlich ein bisschen nervig hier. Schlimm, dieser Kerl. Ja, gut. Drei Saplings. Ja, vier. Ah, ist okay. Ist okay. Vier Saplings ist okay. Okay, fünf. Ist okay. Flu weiß, wann ich Zeit habe. Das kommt jetzt nur auf ihn an. So, Flu. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du am Zuge. Ja, ist doch sehr unhöflich, ne? Passi. So. Oh, ja, komm. Scheiß drauf. So. Oh, ja, komm. Scheiß drauf. Geht los. Geht sofort los. Schockwave. Hä? Ja, bist du unhöflich, warum so scheiße. Da stehen wie Kupemann. Du musst jetzt sagen, Flu, wann es losgeht mit der Fesselaktion. BTF, Vanita kotzt. Aua. Aua. Boden und Linsen bringen den Po zum Grenzen. Ja. In der Tat. Äh, warte mal hier. Nicht alles abbrennen. Bisschen Holz würde ich hier noch gerne rausfingern. Ach, jetzt froh und munter, ja? Letztes Mal noch fesseln wollen. Jetzt froh und munter. Brennt doch weg da. Wir holen uns gerade einfach mal alle Bäume schnell hier. Alle auf der Map, meine ich. Am 27. Februar. Am 27. Februar geht es los. Acht Uhr morgens. Okay. Auf OF oder wo wird gestreamt? Bei ihr. Okay. Ja, warte, da freuen wir uns schon. Ticket kostet 69 Euro. Wünsche eine gute Nacht. Pass, ich wünsche auch eine gute Nacht. Schlaf gut, mein Lieber. Schön, dass du da warst. Danke, danke. So. Da habe ich Prüfung. Ja, bei Flu. Aha. So ein Ding ist das. ja. Ganz. Oh. Ja, naja. HäX. Jauh. Ach. so dem machen wir genau das gleiche mal hier auch kein bock hoch zu kraxeln warum einfach mal hier erst wohnzimmer küche flur treppe bad waschraum und dann zum schluss im schlafzimmer was wird denn da gemacht geputzt oder gefesselt so so dann kann das wachsen ach so auf jeden fall immer saplings einsammeln von denen dann da da ne und so ok war eins zwei können wir nächstes mal wieder die wände ausgleichen hier so das machen wir so aber schon mal natürlich es wird dunkel ich habe das bett zu hause gelassen ja perfekt klar warum auch nicht ne warum auch nicht habe ich leid damit ja aha flu weiß aha java oder bedrock java 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 liebe dass ich noch keinen so jetzt geht's los jetzt geht's los beide was spielst du denn eigentlich shockwave falls du auch mein craft spielst du java oder bedrock Flu ist verwirrt. Ist er das nicht öfter, Vaneta? Also ich finde, Flu ist schon öfter verwirrt. Das kommt schon oft vor. Das war nicht so gut. Bedrock, okay. Ich weiß noch immer noch nicht so richtig zu 100% den Unterschied. So. So. Äh, achso. Okay, das passt. Das passt, 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 passt. Irgendwann mache ich hier Bub. Dann liege ich unten. Ist aber nicht schlimm. Ist, ist okay. Macht auch sympathisch, ne? Finde ich. Verwirrtheit macht manchmal sympathisch. Bin ja auch manchmal verwirrt. Planlos. Lost. Ne? Aber mich macht es nicht sympathisch. So. Okay. Oha, jetzt zückt er die Banane. Jetzt geht es los. Nein, das war falsch. Nein, das war falsch. Zauber heißen anders bei der Bedrock und andere Kleinigkeiten. Also jetzt die Zauber beim Tisch oder wie? Beim Verzauberungstisch. Los bist du immer. Ach, das geht doch gar nicht. Oha, ich hasse es. Looting ist bei mir zum Beispiel Plünderung. Achso, ja. So war es früher aber hier tatsächlich ja auch gewesen. Da hieß es ja auch Looting, beziehungsweise da hieß ja hier auch Bruchstein, nicht Bruchstein, sondern Gravel. Ne, Gravel war... Es war halt auf Englisch schnell. Es war Cobblestone gewesen, Bruchstein früher. Kies war Gravel gewesen. Das fände ich halt schon ganz schön immer. Und ich bin da sowieso immer so... Schon ewig lange versuche ich da immer irgendwie was Geiles rauszukriegen aus dem Tisch. Ja, es gibt dafür ja auch ein paar Mods. Ich weiß gar nicht, kann man Bedrock auch mit Mods spielen oder geht das nicht? Aber ich will keine Mod haben, um denn das... Das Einzige, was ich ab und zu nutze, ist die Map. Und das war es eigentlich. Und diese Food-Mod, ne? Diese More-Food-Dings da. Aber die, ne? Muss ich jetzt erstmal aktualisieren irgendwann. Keine Ahnung. Ja, aber es ist kompliziert. Zum Szenen. Ja, ja, ja. Ich bin der Meinung, ich habe da auch mal was gelesen. Da hatte einer was geschrieben wegen Mods. Und der eine hat gesagt, keine Ahnung, es ist halt sehr kompliziert. Ja, okay. So, hier. Java ist ja super einfach, ne? Da nicht mal drauf zu ziehen. Mittlerweile. Früher war es auch ein bisschen schwieriger. Aber auch nicht, äh... Undenkbar. So. Bis zum nächsten Mal.